Ja, wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zum heutigen Webinar, Monte Carlo Simulation, lernen Sie die Programmierung und die Anwendung für Trading. Mein Name ist Nelson Cardoso Neto und ich heiße Sie im Namen von FX Flat herzlich willkommen. Heute haben wir eine Premiere, denn das ist jetzt unser erstes Webinar mit unserem neuen Partner Statistik Trading und bevor ich an den Juri weitergebe, möchte ich Ihnen natürlich auch zeigen, wo Sie bei uns erste Informationen zu unserem Partner finden können und zwar unter dem Punkt Training und dann Trading Partner. Dann zum nächsten Punkt natürlich dann Statistik Trading. Hier haben wir schon ein paar Infos, können Sie gerne auf die Unterseite gehen und dann entsprechend hier mal kurz durchlesen und natürlich dann auch die Seite von Statistik Trading besuchen. Und ja, dann wollen wir auch gar nicht so viel Zeit verlieren. Juri, wenn du soweit bist, natürlich auch herzlich willkommen an der Stelle. Und wenn du mir ein kurzes Go gibst, dann gebe ich dir den Bildschirm. Jo, müsste er zu hören sein, oder? Ja, das ist richtig. Ich übertrage jetzt. Ja, vielen Dank. So, dann mein Bildschirm übertragen. Ja, hallo, ich heiße Sie erst mal, also man hört mich, ja? Nur nochmal? Ja, alles gut, ich sehe dein Bildschirm, man hört dich. Ich wünsche natürlich viel Spaß an der Stelle. Ja, danke. Also ich heiße Sie erst mal alle herzlich willkommen, dass Sie hier so zahlreich erschienen sind, zu meinem ersten Online-Webinar. Fangen wir mal erst mal an. Es wird sich der Großteil der Präsentation oder des Online-Webinars sofort in der Excel-Tabelle, die wird dann sofort in der Excel-Tabelle stattfinden. Ich werde aber zu der Monte Carlo-Simulation noch eine kleine Einleitung geben und die findet dann quasi in der normalen Präsentation statt. Das ist dann unsere Agenda oder unser Inhaltsverzeichnis für heute. Beginnt an mit, wer bin ich eigentlich? Dass ich hier ein Webinar halten darf. Was ist eine Monte Carlo-Simulation? Wieso die Monte Carlo-Simulation nach meiner Meinung wichtig ist? Also ich rede jetzt immer von subjektiver Meinung. Es gibt bestimmte Trader, die halten die viel weniger wichtig, viel mehr wichtig. Dann, wie ich die Monte Carlo-Simulation als Robustheitstest verwende, als Signifikanztest, aber auch als Forecast-Methode für mein Trading. Dann starten wir dann mit einem Programmierbeispiel, das ich vorbereitet habe, sofort in Excel. So, beginnen wir mal, wer bin ich eigentlich? So, das, so sehe ich aus. Mal mehr, mal weniger Bart. Ich heiße Juri Osterschott, bin 25 Jahre jung und bin geboren in St. Petersburg. Ich habe einen akademischen Titel, nicht, dass der wichtig wäre, irgendwie fürs Trading, aber da Deutschland ein Land ist, wo ein Titel, wo man das irgendwie auf dem Lebenslauf braucht, um ernst genommen zu werden, habe ich den mal auch absolviert. Ich bin seit ungefähr meinem 18. Lebensjahr an den Börsen aktiv. Also ich habe schon früher angefangen, mich dafür zu beschäftigen, konnte aber vor dem 18. Lebensjahr nie im Depot aufmachen. Habe es dann beim Erreichen des 18. Lebensjahrs hingekriegt und habe auch direkt mit dem Handel mit Optionsscheinen begonnen. Am Anfang erfolgreich, danach kam die erwartete Kontopleite, so wie man das eigentlich kennt für den Start. Erst die Euphorie, dann die Realität. 2000, im Jahr 2016, also ungefähr anderthalb, also knapp anderthalb Jahre her, vielleicht ein bisschen weniger, habe ich das Unternehmen Statistic Trading gegründet. Es hat alles angefangen mit einem kleinen Blog und hat sich jetzt in die Richtung entwickelt, dass ich mich freudigerweise als FX-Let-Partner benenne. Wo ich immer auf dem Blog veröffentliche, sowohl Aktienanalysen aus meinem Algorithmus, als auch Content zu statistischen Methoden, wo ich auch vielleicht Börsenfloskeln widerlege. Können Sie gerne mal reinschauen. Zu der anderen Frage, die gerne gestellt wird, nein, ich lebe nicht vom Trading. Ich bin auch Vollzeit angestellt bei einem Unternehmen im Bereich der Geschäftsfeldentwicklung und der Entwicklung von Geschäftsprozessen, der Optimierung dessen, weil ich der Meinung bin, man braucht einen bestimmten Betrag X, um nur von der Börse leben zu können. Zumindest, wir reden mal von entspannt von der Börse leben, nicht jeden Tag daytraden zu müssen und solange dieses Geld meiner Meinung nach, also aus meiner Sicht nicht erwirtschaftet ist, ist für mich der Börsenhandel ein reiner Vermögensaufbau. Also, da wird halt Schritt für Schritt ohne Auszahlung des Vermögens immer weiter aufgebaut. So, dann kommen wir jetzt mal, da ist genug von mir in dem Sinne. Fangen wir mal an, was ist eine Motikale Simulation? Vielleicht wissen das viele, vielleicht auch nicht. Deswegen beginnen wir mal ein bisschen damit. Die Motikale Simulation an sich ist eine mathematische Technik der quantitativen Analyse. Wird viel im Bereich der Stochastik, also im Bereich der Statistik verwendet, um Zufallsexperimente durchzuführen, worum es dann halt auch geht. Die Motikale Simulation soll dabei helfen, verschiedene Eintrittswahrscheinlichkeiten darzustellen. Es geht darum, dass wenn Sie einen Backtest gemacht haben, nehmen wir mal einen Zeitraum von drei Jahren und Sie haben X-Trades, sagen wir 1000, dann haben Sie eine Equity-Kurve, Sie werden im späteren Teil das auch alles nochmal auf Excel durchgehen, dann ist dieser eine Backtest immer nur eine Ansicht der Verteilung von Wahrscheinlichkeiten. Das heißt, dass die Motikale Simulation, so wie ich es jetzt hier geschrieben habe, pürfelt sozusagen die Wahrscheinlichkeiten eines Systems irgendwie querbeet durch bei bestimmten Parametern und zeigt die verschiedenen Ausgänge. Das hilft unter anderem zu erkennen, wie, also das hilft unter anderem der Psyche, also erstmal bestimmte Kennzahlen zu sehen, die auch eintreten können, die man von einem Test jetzt nicht unbedingt erkennen kann. Geht es aber dann darum, wenn Sie eine Reihenfolge von 100 Trades gemacht haben, dann ist das per Equity-Kurve, also Sie haben dann eine bestimmte Grundgesamtheit an Trades, die haben ein Endergebnis, sagen wir von 100% Rendite. Wie die Trade-Reihenfolge ist, hat für das Endergebnis eigentlich keine Auswirkung. Sie werden in dem Sinne immer um die 100% schwanken, wenn Sie diese 100 Trades nehmen. Es ist aber ein Unterschied, ob Sie bei einer Trefferquote von, sagen wir 60%, immer eine Reihenfolge von ein Gewinn, ein Verlust, zwei Gewinn, ein Verlust, etc. oder ob Sie 40 Verlierer hintereinander und danach 60 Gewinner in Folge haben. Das hat auf bestimmte Drawdown-Werte schon Einfluss. Das heißt sozusagen, mit Hilfe der Conte-Carlo-Simulation kann der Trader die Ergebnisse der möglichen Ereignisse, die eintreten können und eintreten werden, je länger man ein System handelt. In der Statistik sagt man, je länger man ein Ereignis durchführt, umso eher, also irgendwann geht die Wahrscheinlichkeit gegen 100, dass alle möglichen Ereignisse, die jemals eintreten können, auch wirklich eintreten. Und mit der Conte-Carlo-Simulation kann man sozusagen die Handelsstrategie, die man hat oder die man entwickelt hat, aus verschiedenen Sichten betrachten. So, wieso ist die Conte-Carlo-Simulation? Ich habe ja auch unbedingt immer geschrieben, nach meiner Meinung. Es gibt diskretionäre Händler, die halten sehr wenig von der Conte-Carlo-Simulation. Es gibt auch System-Trader und algorithmisierte Trader, die halten vielleicht nicht viel, haben davon auch nicht gehört, haben sich damit vielleicht auch nicht beschäftigt. Für mich ist die Conte-Carlo-Simulation eines der Elemente, die für mich am relevantesten ist bei der Strategieentwicklung. Wieso sie meiner Meinung nach wichtig ist, ist, das Hauptmerkmal ist, dass hier ein Backtest hat immer einen positiven Bias oder Bias genannt. Also ein Bias ist nichts anderes als eine Verzerrung zwischen der Realität und dem erwarteten Ergebnis. Das erwartete oder das erhaltene Ergebnis einer Simulation kann entweder nach oben verzerrt sein, das heißt, das Ergebnis wird besser dargestellt, als es in der Realität auch wirklich ist oder eine negative Verzerrung ist, wird schlechter dargestellt, als es in der Realität tatsächlich ist. Das Ergebnis von einem Backtest kann sich drastisch verändern, wenn man das Handelssystem auch nochmal mit einer Conte-Carlo-Simulation testet. So drastisch klingt jetzt vielleicht weit hergeholt, aber wir werden dann am Beispiel sehen, dass die Schwankungen nicht ganz unerheblich sind, um später sehen zu können, dass wenn man ein Handelssystem hat, das auf den ersten Blick vielleicht schön aussieht im Backtest, es aber auch Tage, Monate, Jahre geben kann, wo das System andere Ergebnisse erwirtschaftet, da sich die Wahrscheinlichkeiten einfach anders anordnen. Meine Meinung nach ist, wenn man ein gut funktionierendes Handelssystem hat, was auf 100% objektiven Faktoren beruht, das heißt ohne Interpretationsspielraum, es ist nichts anderes als eine Wahrscheinlichkeitsverteilung zu unseren Gunsten, das heißt, kann man jetzt entweder im höheren CRV oder in der höheren Trefferquote, es geht beides, mit einem positiven Erwartungswert. Der positive Erwartungswert sollte in dem Fall immer stimmen, denn es hat wenig Sinn, ein System mit einem negativen Erwartungswert zu handeln. Wie sich aber die Wahrscheinlichkeiten aufteilen und anordnen, das weiß halt niemand. Da zeigt auch ein Backtest nur eine Sicht von vielen an, wie sich ein Handelssystem aufzeigen kann. Wie verwende ich jetzt nun die Monte Carlo Simulation? Die Monte Carlo Simulation benutze ich in einem Teil als Robustheitstest, das heißt, ich prüfe erstmal, ich versuche mit der Monte Carlo Simulation die positive Verzerrung nach oben, weil sie vielleicht einen Hacktest gemacht haben und vergessen haben, den Spread zu berechnen oder die Slippage oder wie auch immer, oder vielleicht Verzögerung, Ausführungsverzögerung. Mit der Monte Carlo Simulation kann man den positiven Bias nach unten korrigieren, sodass man näher der Realität kommt, als der eigentliche Backtest wirklich ist. Man kann auch die Durchschnittswerte genauer ermitteln, das heißt, Sie haben einen Backtest und der gibt an, Sie haben einen durchschnittlichen Gewinn von 70 Euro, 700 Euro, Sie können dann jetzt eine Zahl reinnehmen, wie Sie wollen. Und auch diese Werte verändern sich. Das heißt, mit jeder Simulation ist es so, dass auch die Trefferquote zum Beispiel ist ein Wert, der in einem Backtest, der zum Beispiel anfängt, Sie haben 61%ige Trefferquote, dann ist diese Trefferquote jetzt nicht in Stein gemeißelt. Die hat eine Schwankung, das heißt, die Trefferquote kann in einer bestimmten Phase mal 68 sein, in einer bestimmten Phase auch nur 55%. Das hat dann wieder rasante Auswirkungen auf die Eigenschaft, dass man sagt, dass auch die Drawdowns schwanken können. Sie machen einen Backtest und sagen, ah, ich hatte hier mal einen Drawdown von sieben Verlusttrades. Bei der und der Trefferquote durch die Monte-Kal-Simulation kann man sozusagen Drawdown-Schwankungen erkennen, dass man sagt, 9 ist nicht die feste Zahl, sondern es kann auch 12 sein und dass man sich dann einen festen Zeitraum definieren kann. Dann kann man, das ist das Interessante jetzt an der Monte-Kal-Simulation, man kann auch schauen, wie sich ein System verändert, wenn man bestimmte Parameter verändert, wie ist das, wenn ich quasi den Mittelwert von all meinen Trades verändere, quasi die Grundlage, wie ist das, wenn ich die Standardabweichung verändere, wie ist das, wenn der Drawdown mal größer, mal kleiner ausfällt, wie wirken alle diese Parameter im Endeffekt auf das Handelssystem, handelt es immer noch profitabel oder ist das so, wenn ich den Mittelwert um einen minimalen Betrag verändere, dass das System nur noch im Plus-Minus-Null, also im Break-Even-Bereich rum eiert oder ist das so, dass es dann trotzdem immer noch Gewinne erzielt, aber mit größeren Seitwärtsphasen, das sind alles Faktoren, die man mit der Monte-Kal-Simulation im Nachhinein ermitteln kann. Die benutze ich, die Monte-Kal-Simulation, als Signifikanztest. Jetzt wird es meistens etwas komplizierter, weil das ist eine Thematik, mit der sich eigentlich die wenigsten beschäftigen. Es ist eigentlich Logik, und Logik ist ein Fach, was, wenn es komisch klingt, nicht immer für jeden logisch erscheint. Das heißt, Sie machen einen Backtest und Sie haben ein positives Ergebnis erzielt. Dieses positive Ergebnis haben Sie anhand von einem Signal erzielt. Das heißt, Sie haben bestimmte Parameter, sagen wir, der IMA 200 kreuzt den IMA 20 von unten oder von oben, und dann kriegen Sie ein Long- oder Short-Signal und dies führt dann im Endeffekt dazu, dass Sie nach Ihrem Backtest auf der Uhr einen Gewinn von, sagen wir, 10.000 Euro haben. Das heißt im Umkehrschluss aber nicht, dass dieses Signal, was Ihnen quasi den Trade generiert, auch wirklich der Ursprung von dem Ertrag ist, den Sie erzielen. Das heißt, Sie haben jetzt A, als Ergebnis kommt B, das ist der positive Backtest, jetzt haben Sie als Ergebnis den positiven Backtest, das heißt jetzt nicht unbedingt, dass das Signal auch unbedingt den Ursprung dafür hat. Das muss man erst mal überprüfen. Jetzt stellen Sie sich, mir wurde auch mal in einem Gespräch die Frage gestellt, ist das denn nicht egal, solange ich Geld verdiene? Theoretisch ja, solange Sie Geld verdienen, haben Sie eigentlich recht an der Börse. Es ist aber ein gewaltiger Unterschied, wenn ein System vielleicht anfängt, stärkere Drawdowns anzuzeigen oder zu generieren oder auch die Seitwärtsphasen sich verlängern, dass man dann genau weiß, dass man jetzt nicht auf die Suche geht und versucht, das Handelssignal zu optimieren, weil wir im Umkehrschluss wissen, wir haben zwar Geld verdient, aber das Signal war nicht der Ursprung dessen. Wie schon unten steht, das positive Ergebnis hängt nicht unbedingt von unserem Einstiegssignal, sondern es kann auch andere Faktoren besitzen. Im Umkehrschluss ist es somit zu untersuchen, dass ob ein Einstiegsmarkt auch in einem zufälligen generierten Markt erfolgt hat. Das heißt, Sie können theoretisch, das ist jetzt aber ein bisschen komplexer, das machen wir im Normalfall auch nicht mit Excel, weil man mit, ganz besonders bei Daytrading-Strategien, eine größere Datenbasis braucht und die schafft Excel dann einfach nicht. Da brauchen Sie dann andere Probleme wie, also es gibt auch andere Software, mit der man das machen kann. Das Grundprinzip ist aber, die Grundsystematik ist aber eher die gleiche, ob Sie einen Robustheitstest machen, einen Signifikanz-Test oder einen Forecast, die Grundsystematik der Monte Carlo-Simulation, die wir dann auch gleich bei Excel machen werden, sie bleibt dieselbe. Wenn Sie gelernt haben, wie die Systematik an sich funktioniert, dann können Sie es für all Ihre Wünsche, die Sie haben in dem Bereich, auch wirklich anwenden. Das heißt, Sie generieren dann mit der Monte Carlo-Simulation einen zufällig generierten Markt, wir sagen jetzt mal den DAX, Sie generieren dann quasi den DAX auf zwei Jahre, auf 10-Minuten-Basis, 15-Minuten-Basis, Stunden-Basis, wie auch immer und Sie haben dann sozusagen einmal einen Markt, also einmal den DAX als Referenzmarkt, wo der tatsächlich gepreist ist, das heißt, dort sind wirkliche Marktteilnehmer, die wirkliche Bewegungen ausführen, wo alles mit Volumen stattgefunden hat. Während die Monte Carlo-Simulation, es ist zwar aufgrund der Datenbasis des DAX, aber es ist an sich ein zufällig generierter Markt mit zufällig generierten Daten. Auf diesem zufällig generierten Markt spielen Sie dann Ihr Handelssystem quasi als Backtest ab. Das machen Sie dann 100, 1000 Mal, je nachdem, wie da Ihre Software ist und wie da die Möglichkeiten sind und prüfen, ob Sie ein positives Ergebnis in einem zufällig generierten Markt haben. Sagen wir, Sie machen 100 Simulationen und von diesen 100 Simulationen auf einem zufällig generierten Markt waren 80 positiv. Dann können Sie davon ausgehen, dass mit einem bestimmten Signifikanzniveau, dass Ihr Handelssignal keinen tatsächlichen Marktvorteil hat, also keinen statistischen Vorteil am Markt, da er in einem zufällig generierten Markt genauso positive Ergebnisse erzielt. Haben Sie in einem zufällig generierten Markt schlechtere Ergebnisse als die des Backtests? Wir nehmen jetzt mal aus davon, dass genau der umgekehrte Vorteil, Sie haben 80 schlechtere Ergebnisse, wie Sie dann schlechter definieren, hängt ganz bei Ihnen und 10, 15, 20 Simulationen waren vielleicht besser oder gleich gut. Ja, das ist, der Zufall hat mehr Einfluss, als man glaubt auf sowas. Damit können Sie dann aber auch sagen, wenn Sie dann sagen, okay, 80 Simulationen waren im Durchschnitt schlechter als mein Backtest, können Sie sagen, ja, okay. Mein Signal hat höchstwahrscheinlich, natürlich mit einer bestimmten Fehlerquote, weil auch da gibt es Fehler, das heißt, Sie können auch Signifikanz nachweisen, wo keine Signifikanz besteht, genauso kann es auch passieren, dass Sie Signifikanz ablehnen, wo vielleicht eine bestanden hätte. Das ist eine Technik, die meines Erachtens nach sehr wichtig ist für die Entwicklung eines stabilen und langfristigen Systems. Ich benutze unter anderem auch die Monte Carlo Simulation als Forecast. Hoppala, ein bisschen zu weit. Das heißt, ich kann auch mit der Monte Carlo Simulation, genauso wie ich den Signifikanz-Test gemacht habe, kann ich mit der Monte Carlo Simulation auch mit bestimmten Techniken, auf die werden wir heute nicht eingehen, weil es ist etwas komplexer und da muss man, also ich müsste mich, also ich musste wirklich schon viel zu dem Thema lesen, damit ich auch wirklich begriffen habe, wie man das auch wirklich macht und auf einem bestimmten Punkt ist es auch so, dass man sehr wenig oder gar keine Literatur findet und man es eigentlich nur noch mit Experimentieren hinkriegt, auf gute beziehungsweise schlechte Ergebnisse zu kommen. Ich benutze den Forecast der Monte Carlo Simulation auch nicht, um zu sagen, genau so, nehmen wir mal jetzt Euro-S-Dollar und ich will die nächsten, die nächsten Monat des Euro-S-Dollar-Kurses irgendwie vorhersagen. Dann benutze ich das nicht, um zu sagen, genau so wird es in der Simulation laufen, das heißt, ich mache eine Simulation, die zeigt mir dann eine entsprechende Equity-Kurve und ich sage, genau so wird sich der Euro-S-Dollar entwickeln. Nein, ich simuliere mit Veränderung bestimmter Parameter immer verschiedene Situationen im Euro-S-Dollar, das heißt, ich simuliere, wie es ist, wenn der Markt vielleicht einen stärkeren Aufwärtstrend hat, vielleicht einen stärkeren Abwärtstrend, wie ist es, wenn er eher seitwärts laufen könnte und alle Szenarien werden simuliert und von diesen Szenarien werden dann die Extrempunkte aufgeschrieben, das heißt, was war der höchst erreichte Punkt in einer Simulation und auch der Tiefpunkt und die werden dann immer notiert, ob es jetzt nun 100.000 Simulationen sind und von diesen Extremwerten, das heißt, die Hoch- und Tiefpunkte werden dann die Durchschnittswerte genommen. Somit habe ich dann einen durchschnittlichen Wert eines Hochpunktes, bis wohin der DAX oder der EURUS-Dollar eventuell bei bestimmten Szenarien hinausgehen kann, genauso wie ein Tiefpunkt und darauf baue ich dann eher mein Risiko- und Money-Management auf, das heißt, ich sage, ist es dann so, dass der Markt in diesem Bereich gekommen ist und dann fange ich an zu überlegen und sage, ja, ich habe so und so eine Simulation durchgeführt und aus meiner Historie heraus, aus meinem Test hat sich ergeben, dass er vielleicht nicht noch höher steigt, das heißt, wenn ich dann Long-Signale gebe, das heißt nicht, ich gehe all in short, das heißt aber, wenn ich dann Long-Signale bekomme, dass ich von denen quasi die Position verringere, während ich bei Short-Signalen vielleicht die gleiche Positionsgröße behalte. Was meine ich dann hier mit nicht nur statischer Forecast, sondern auch dynamischer? Bei der Monte-Carlo-Simulation oder in dem Forecast ist es immer so, dass wenn Sie die Parameter nicht verändern, Sie immer einen Forecast oder eine Monte-Carlo-Simulation auf gleichbleibende Parameter durchführen. Das heißt, nur wenn die Gegebenheiten genauso gleich bleiben, können die und die Ergebnisse erzielt werden. Wie wir wissen, ist die Börse leider nicht statisch, sondern die ist eher super extrem dynamisch. Das heißt, wir versuchen mit bestimmten Techniken, werden höchstwahrscheinlich zu der Forecast-Methodik dann ein einzelnes Webinar auch mal durchführen, versuchen zu simulieren, was ist, wenn jetzt der Markt eher stark nach oben steigt, welche Extremwerte könnte der Markt denn erreichen. In diesen Bereichen können wir, ist es so, dass wir uns befinden. Das ist jetzt nicht vorbei, es ist nur mit der Präsentation, das heißt, ich switche jetzt einmal jetzt auf die Excel-Tabelle. Wo ist meine Maus? Warum sehe ich sie nicht? Hier sehe ich sie, Moment, ich mache das mal so, okay. So, wir fangen jetzt, also so sieht, wenn ich anfange, die ersten Tests für eine Simulation zu machen, so sieht mein Layout aus. Ganz normales, ganz normale Excel-Tabelle. Hier auf der linken Seite fangen wir mal an, Schritt für Schritt, so dass Sie das auch vielleicht dann im Nachhinein, wenn Sie sich das vielleicht nochmal anhören oder jetzt mitschreiben, dass Sie nicht eine vorgefertigte Tabelle haben, sondern dass wir jetzt auch wirklich Schritt für Schritt die Schritte halt auch durchgehen, so wie ich sie dann mache. Ich habe hier per Zufall, auch per Monte Carlo-Simulation 500 Trades simuliert. Das ist jetzt, die gehen jetzt bis hier nach unten, das sind 500 Trades. So, ups, bis hier hin. Welche Trefferquote, so das werden wir gleich ermitteln. So, das heißt, mit was fange ich jetzt an? Das heißt, bevor Sie mit der Monte Carlo-Simulation anfangen, ist es so, dass Sie alle Ihre gelisteten Trades brauchen. Aus dem Backtest oder aus Ihrem händischen Test oder aus Ihrem Trading-Tagebuch oder aus dem Auszug des Brokers, ob Sie das nun per CSV-Datei exportieren, per CSV-Datei importieren, Entschuldigung, oder ob Sie jetzt nun händisch da reinschreiben, ist ganz Ihnen überlassen, aber Sie brauchen eine Trading-Basis, weil diese gelisteten Trades sind Ihre Grundlage, auf die der, das ist ja quasi das Ergebnis Ihres Backtests oder Ihres Handelssystems. Was ist jetzt das Erste, was ich mache? Ich fange an, meine Trades in Verluste und Gewinne zu splitten. Das heißt, ich sage, ich will sagen, dass auf der einen Seite nur die Verluste angezeigt werden sollen, auf der anderen Seite nur die Gewinne, das heißt, ich schreibe mir eine Hand-Formel rein, in die ich sage, wenn diese Zelle kleiner gleich 0, nach 0 können wir jetzt auch als Verlust oder als Gewinn deklarieren, für jeden das gleiche, wenn dieser Parameter wahr ist, das heißt, wenn jetzt die Zelle A2, diese 10 Euro, kleiner sind als kleiner gleich 0, dann soll mir der Wert angezeigt werden, ist er nicht wahr, dann soll mir nichts angezeigt werden, stellt man dann bei Excel mit zwei Hinsefüßchen dar, macht die Klammer zu, wie man sieht, hier zeigt er jetzt nichts an, da 10 größer ist als 0 und nicht kleiner, hier müsste er jetzt wieder minus 10 anzeigen, so, die Formel schieben wir jetzt bis ganz nach unten durch, ob wir das jetzt mit Hoppelklick machen oder nicht, machen wir das mal alles langsam Schritt für Schritt, genau das gleiche machen wir jetzt nun auf der anderen Seite, das heißt, wenn diese Zelle größer, 0, dann soll die Zelle angezeigt werden, sonst soll die Zelle leer bleiben, jetzt steht halt hier 10, da, ein bisschen zu weit, voila, so, ich habe jetzt hier unten glaube ich noch was gesehen, was ich hier noch offen hatte, ja, das löschen wir mal, brauchen wir nicht, so, wie fangen wir jetzt an, das heißt, wir brauchen erstmal, bevor wir mit der Motokale Simulation anfangen, würde ich gerne grundlegende Daten kennen, die, wenn sie einen Backtest haben, natürlich diese auch, wenn sie mit Hitter Trader 4 oder Hitter Trader 5 Simulationen durchführen oder Backtest, dann stehen natürlich Daten, die durchschnittlicher Gewinn, Verlust, Trefferquote, kumulierter Gewinn, kumulierter Verlust, steht dann dann alles drauf, ich möchte aber, da ich meine Datenbasis schön sauber halten will, diese Sachen auch wissen, ich gebe hier ein, so der durchschnittliche Gewinn, ich gebe einen mit, die Formel Mittelwert, Klammer auf, markiere hier alles, Klammer zu, aber sozusagen den durchschnittlichen Gewinn von allen Trades, von allen gewinnenden Trades und Mittelwert und Verlust, da haben wir den durchschnittlichen Verlust, so Trefferquote, Trefferquote könnte man jetzt zeigen, Anzahl aller Gewinne, das Problem ist dann nur, dass Excel nicht nur die ausgefüllten Zellen zählt, sondern halt auch die nicht ausgefüllten Zellen, weil auch eine nicht ausgefüllte Zelle in Excel eigentlich gefüllt ist, um das zu umgehen, schreiben sie einfach, wie sie das dann machen, so mache ich das zumindest, wenn, quasi ich markiere mir die Gewinne, das größer 0, quasi nochmal das gleiche, dann soll er mir eine 1 anzeigen, wenn das falsch, dann soll er mir nichts anzeigen, so das machen wir jetzt nicht als Euro, sondern als Zahl, machen, Doppelklick, das ist jetzt sehr merkwürdig, das größer als 0, das ist jetzt merkwürdig, dass wenn ihr das jetzt hier so anzeigt, dann müssen wir nochmal löschen, kann halt auch, deswegen machen wir das auch live, weil solche Fehler halt auch passieren, das ist die Frage, können wir jetzt vielleicht mal umgehen, das heißt, wie gucken wir mal, das erzeigen wir denn, dann müsste mir denn noch hier 500 anzeigen, korrekt, während wir herausfinden müssen, wie viel Anzahl der Gewinn-Trade das hundert mich jetzt, weil ich normalerweise das genau so mache, wenn das größer 0, dann 1, sonst nichts, hm, das ist ein Moment, weil generell, es ist ja wie bei einer Live-Sendung hier, muss man jetzt überlegen, muss man, wenn man das so hier, naja, so, wenn, gehen wir auf die Originalliste, da war der Q, wenn, das gleich, größer 0, dann 1, sonst nichts, so, jetzt haben wir es, da war der Fehlgedanke, jetzt ziehen wir, das heißt, wir machen das auf die Grundgesam, also auf unsere Datenmenge, ziehen die Formel durch, wir wissen, wir haben 500 Trades, nehmen jetzt nicht unten, sagen wir an, die nehmen jetzt nicht die Anzahl, wir nehmen jetzt die Summe, also wir sehen in Summe 273, also unsere Trefferquote ist, 273 teilt durch 100, haben wir eine Trefferquote von 55,6%, äh, 54,6%, und die Gegenwartscheine ist natürlich 1 minus den Gewinn, das heißt 45,4% ist dann unser Verlust, so sieht unsere Trefferquote, Aufteilung aus, rechnen wir jetzt einen der wichtigsten Faktoren, das heißt den Erwartungswert, der Erwartungswert errechnet sich, indem wir den durchschnittlichen Gewinn, mal die Trefferquote des Gewinns, plus, Klammer auf, durchschnittlichen Verlust, mal Trefferquoteverlust, so unterhalten wir einen positiven Erwartungswert von 8,20 Euro, das heißt im Großen und Ganzen, dieses System hat einen positiven Erwartungswert, das ist kein wirkliches Handelssystem, ich habe einfach per Motokalsimulation und irgendwelche Zahlen eingetippt, es könnten aber echte Faktoren sein, also so kann auch ein Backtest aussehen, dann brauchen wir kumulierten Gewinn, für den Profitfaktor auch eine Kennzahl, die ich gern wissen wollen würde, dafür brauche ich die kumulierten Gewinne, das heißt die Summe aller Gewinne und ich brauche die Summe aller Verluste und dann errechnet sich das mit dieser Formel, das sind der kumulierte Gewinn geteilt durch den kumulierten Verlust, je nachdem wie Sie den kumulierten Verlust anzeigen lassen, bei mir ist ja hier mit Minus gekennzeichnet, müssen Sie nochmal mal Minus 1 nehmen, um die Minus, um das Minusvorzeichen vorweg zu nehmen, sonst nehmen Sie einfach den kumulierten Gewinn geteilt durch den kumulierten Verlust, wenn der in der gleichen Einheit ist, dann halten Sie auch einen positiven Profitfaktor von 1,44 in diesem System. So, das sieht ja erstmal schon mal alles gut aus, heißt es lohnt sich das mal zu testen. Was brauchen wir jetzt für unsere Monte Carlo Simulation? Das Wichtigste, wir brauchen unseren Mittelwert. Jetzt gehen wir nochmal Mittelwert ein, das ist das Schöder in Excel, viele Formeln sind schon vorgeschrieben, Mittelwert von allen Trades, die wir hier haben, ergibt einen Mittelwert von 8,20 Euro, gleich Erwartungswert und wir brauchen die Standardabweichung. So, Standardabweichung ist in dem Fall Stamm.S, auch von all unseren Trades. So, jetzt haben wir hier Kennzahlen, das heißt, das sagt die Standardabweichung aus, die Standardabweichung sagt aus, dass unsere Trades um 56,919 etc. pp. um den Mittelwert schwanken können. Das heißt, wir haben jetzt hier nochmal eine, wenn Sie die Kausche Glockenkurve nennen, dann wissen Sie, ungefähr 68,8% aller möglichen Ergebnisse im Bereich der einfachen Standardabweichung sich befinden und ungefähr 95% innerhalb der zweifachen Standardabweichung. Das heißt, unsere Ergebnisse können, nehmen wir mal zwei Standardabweichungen, zwischen, wir können einen Trade von 122 Euro bekommen, das sind 8,20 Euro, unser Mittelwert, plus zweimal die Standardabweichung. Genauso können wir aber auch einen Verlust erhalten von unserem Mittelwert, minus die zweifache Standardabweichung. Das braucht dann die Monte Carlo Simulation als Datenbasis, um die Trade-Schwankungen simulieren zu können. Jetzt haben wir hier aber noch einen anderen Faktor, das ist der Standardfehler. Der berechnet sich, indem, hier können Sie, Sie können mir gern, falls Sie die Formeln brauchen oder vielleicht auch die Vorlage haben wollen, schreiben Sie mir einfach an info-at-statistictrading.de eine E-Mail und ich sende Ihnen dann die Vorlage, ich sende Ihnen dann ohne Probleme die Vorlage zu. Der Standardfehler ist, berechnet sich aus der Standardabweichung, geteilt durch die Wurzel der Gesamtmenge der Trades, in dem Fall 500. So, der Standardfehler in dem Fall sagt jetzt aus, dass unser Mittelwert an sich um 2,55 nach oben oder nach unten schwanken kann. Das wird dann interessant, wenn wir anfangen, gleich mit der Monte Carlo Simulation, verschiedene, wenn wir anfangen, die Parameter zu verändern. Schauen wir uns doch erstmal, bevor wir dann weiter machen. Und die erste, das ist jetzt, hier habe ich das jetzt schon mal ein bisschen vorgearbeitet, das ist jetzt, sagen wir, Sie haben ein Konto von 10.000, da Excel so wunderbar ist, können Sie hier Zahlen eintragen, wie Sie wollen. Und dann habe ich halt geschrieben, das soll immer die obere Zahl plus den immer den höchsten Trade aus der aus der Trade-Liste nehmen. Die Formel ziehen wir dann quasi durch, das ist jetzt unsere Equity-Kurve unseres Handelssystems, unseres imaginären Handelssystems. So, gehen wir hier hoch, gehen Sie hier oben auf vielleicht nicht mehr ganz genau, das war das Einflügel, ich glaube schon. Ja, und dann gehen wir hier auf Liniendiagramm, lassen uns das anzeigen und erhalten, packen wir jetzt mal gleich hier hin, können wir uns gleich anschauen, sozusagen sieht die Equity-Kurve, so würde die Equity-Kurve eines Backtests aussehen, wenn Sie den jetzt in Metatrader 4 durchgeführt hätten oder 5 oder Wealth Lab, Ninja Trader, was es da für Software gibt. Ich weiß jetzt nicht genau, ob Ninja Trader, aber man da auch einen Backtest machen kann. Schreiben wir Original Equity, damit wir es später auch wissen. an dieser Equity können wir erkennen, wir beginnen mit 10.000 Euro Kapital und dann geht das hier schön hoch, dann haben wir hier eine Seitwärtsphase von ungefähr fast 100 Trades, dann geht sie wieder runter, dann geht sie wieder in der Seitwärtsphase und es geht hoch. Aber im Großen und Ganzen ist das eine Handelsstrategie mit einem positiven Erwartungswert, wo man sagen kann, ja, klingt doch gut, würde ich jetzt so handeln. So, jetzt kommt ja das, was die Kernaussage dieses Online-Webinats ist, das heißt, wir geben jetzt die Formel für die Monte Carlo-Simulation ein, die beginnt mit Norminverse. Norminverse ist die Formel, die ansagt, um wie viel Prozent die Schwankung stattfinden soll, das heißt, wir könnten da jetzt mal, hier steht dann, die Formel besteht dann aus der Wahrscheinlichkeit, Mittelwert-Standard-Abweichung, wenn Sie jetzt sagen wollen, es soll um die zweifache Standardabweichung herum schwanken, dann müssen Sie da 95 eintragen oder 68, wenn es nur die einfache Standardabweichung sein soll. Da wir aber eine Monte Carlo-Simulation haben, tippen wir hier Zufallszahl ein. So, Zufallszahl heißt, wird jetzt immer eine Zufallszahl generiert, die aufgrund unseres, auf Basis unseres Mittelwerts, das heißt, wir verbinden das mit dem Mittelwert und mit der Standardabweichung. Machen zu und erhalten einen Trade. jetzt ist jetzt wichtig, nicht vergessen, Sie müssen die Formel fixieren, haben Sie einen Windows-Rechner, dann müssen Sie nur auf die Zahl klicken und dann auf F4, haben Sie einen Mac, müssen Sie immer die Dollarzeichen eingeben. Sollte jemand wissen, mit welcher Taste man sofort die Zelle fixieren kann, dann bitte an mich melden, ich konnte bis jetzt im Internet noch nichts finden. Und auch an sich ist das so, wenn jetzt hier jemand auffällt, dass ich vielleicht einen kleinen Fehler gemacht habe oder in der Durchführung vielleicht auch einen Fehler gemacht habe, weil ich schusselig bin oder sonst was, mich bitte immer auf Fehler aufmerksam machen, ich bin da nicht sauer, ich bin da eher glücklich, bei mir, wir sind ja alle in der Lernphase und wir profitieren von gegenseitigem Know-how-Austausch. So, jetzt haben Sie die Formel fixiert und ziehen die Formel jetzt in dem Sinne so viel Trades, wie Sie nur wollen, durch. So, schieben wir jetzt mal für alle Fälle, damit wir auch genug Trades haben. So, jetzt haben Sie eine Simulation. Jetzt gehen Sie in eine, haben Sie einen Windows-Rechner, führen Sie immer eine Simulation durch, indem Sie auf F9 klicken, ich glaube, es war F9, haben Sie einen Mac, ist das so, es gibt bestimmt auch andere Wege, aber ich mache es so, ich gehe in eine leere Zelle, wo nichts drinsteht und klicke immer auf Entfernen. So, wie Sie sehen, haben wir hier schon bestimmte Werte vorgetragen gehabt, das heißt, er berechnet sofort den Durchschnitt der Trades aus 500 Simulationen, die wir hier haben und berechnet den durchschnittlichen, ich nenne es mal Jahresgewinn, das ist einfach, ich habe es jetzt einfach mal, damit ich irgendeine Kennzahl habe, sage ich, es ist der durchschnittliche Gewinn mal 220 Handelstage, einfach nur um zu sehen, was nach einem Jahr Performance rauskommen könnte, diese Kennzahl ist aber nicht wichtig, ist reine Spielerei. Der durchschnittliche Gewinn pro Trade wiederum hier oben ist sehr wohl wichtig. und jetzt können Sie an sich, wie Sie sehen, immer wenn Sie auf Zurückklicken oder auf F9, je nachdem wie viele Leute das jetzt auch parallel mitmachen oder aber wenn Sie das danach machen sollten, haben Sie immer ein anderes Ergebnis, Sie sehen, Sie haben mal 9,50 Euro pro Trade und hier haben Sie mal 4,86 Euro und so weiter. Jetzt kommt die interessantere Sache, das heißt, Sie packen sich eine Formel, Sie nehmen sich ein Konto, mit dem Sie anfangen, in dem Fall sagen wir 10 Riesen und schieben genau die gleiche Formel wie auch hier an der Seite hier unten durch, das heißt, Sie sagen, es soll immer wieder die obere Zahl mit der nächsten Zahl verbunden sein. und dann schiebt er das und so weiter, immer das mit der zweiten, das mit der dritten, so und das schieben Sie jetzt bis zu 500 durch, weil ja 500 Ihre Basis war, ob es jetzt nun 500 Trades bei Ihnen ein Jahr ist oder eine Woche oder 10 Jahre, das kann ich nicht beurteilen, es geht jetzt rein um um das Beispiel an sich. Dann packen Sie sich, machen Sie genau das Gleiche, da ist natürlich wieder ein Fehler drin, 10.000, nicht 10.000 plus das, sondern dann immer das gleich, das plus, also immer die oberste Zelle, plus das, dann nimmt er immer die vorherige Zelle und verbindet sie, das heißt, er macht automatisch die Logik weiter, schieben wir nochmal, das sind ja alles nur Menschen, kann ja passieren, so, nochmal überprüfen, ob das hier so stimmt, das plus das, das plus das, das plus das und so weiter, so, genau, so, nochmal hier überprüfen, ob das hier alles Sinn hat, so, jetzt nehmen wir unsere Simulation, die natürlich auf der Grundlage des Hack-Tests basiert, markieren, die 500, Trades, zuck, 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 so, gehen dann wieder hoch, damit die Formel nicht ganz unten ist, dann wieder auf Einfügen, wechseln ist nicht immer das schnellste Programm, vielleicht soll mein Rechner langsam, kann er auch sein, und machen wieder einen Linien-Chart raus, so, laden, 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 so, das sieht meines Erachtens immer noch ein bisschen so, merkwürdig aus, aber gut, so, jetzt packen wir mal, das heißt dann, Monte Carlo, Simulation, Equity, jetzt überprüfe ich mal noch, ob das hier alles so hinhaut, so, das stimmt ja auch, ich weiß, dass wir hier noch einen Fehler gemacht haben, so, jetzt können Sie theoretisch, die Equity, jetzt ist die Frage, das sollte eigentlich, im Normalfall nicht so sein, ich überlege gerade, ob jemand, vielleicht jemand was im Chat geschrieben, der vielleicht einen Fehler entdeckt hat, den ist da, so, ich kann das ja hier mal, so, so, gehen wir mal hier wieder, das schalten wir mal wieder raus, in dem Sinne passiert jetzt hier nichts anderes, als dass er diese 10.000 Euro nimmt, und daraufhin immer, den Trade dann drauf rechnet, wenn dann am nächsten Tag passiert, so, jetzt sehen Sie, Sie haben zwar an sich einen positiven Erwartungswert, in der Monte Carlo Simulation, erhalten Sie aber Werte, die eher aussehen, wie eine Seitwärtskurve, denn noch, das ist ja das, das ist ja das, was mich ja wundert, haben wir hier, aus den Trades, einen positiven Erwartungswert, das heißt, theoretisch, müsste ich hier, das ist halt, wenn man nicht alles in einer fertigen Formel hat, überlege ich gerade, Moment, 10.000, 1.000 plus in 2.000, ja, das haut alles hin, also, das ist ja nicht jemand, um einen Moment, das kann nicht sein, ich mache mal ganz kurz, für Sie einen Moment, Monte Carlo Simulation, ob ich da, ob ich die Formel da, anderweitig drin habe, falls ich mich jetzt hier nicht, im Eifer des Gefechts, ne, habe ich eigentlich hier auch so, nur das dann hier 5.000, Juri? Ja? Guck mal in den Chat, da gab es ein paar Hinweise der Teilnehmer, da gab es tatsächlich ein paar Hinweise, also, das heißt, wenn ich mich jetzt, kann ich das hier auch größer machen? Also, da hat einer geschrieben, in einer Zelle fehlt eine Formel, und ein anderer Teilnehmer hat geschrieben, erste Zelle, der Reihe muss runter wandern. kann man, ist das möglich, dass sie größer zu, ah, okay, alles klar, erste Zelle, wieder eine Formel, Zelle der Reihe muss runter wandern, kann man da, welcher Zelle, also jetzt mal, ganz blöde Frage, jetzt fragen wir mal das, ich benutze mal den Publikumsjoker, kann jemand vielleicht genau die, O22, 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 ja, da fehlt tatsächlich, also, das ist jetzt, immer noch nicht ausschlaggebend dafür, das ist jetzt sehr, mehr, also, meine Güte, dass mir das, dass das jetzt passiert hier, Moment, nochmal, bitte, jetzt, so, fragen wir mal nochmal Publikum, nicht, ja, O16 muss, Formel aus O16 nach unten ausfüllen, Naja, das ist ja, das ist es eben ja nicht, das ist es ja nicht, das ist es, das ist es, das ist ja, soll er dann immer die obere Formel nehmen? I16 hat der Teilnehmer geschrieben, Ach, E16? I. I, I16. I16 haut er hin, das ist es ja. das ist M2 und dann das, nein, jetzt muss, Moment, jetzt muss das, machen wir nochmal, back to the roots, manchmal klappt es, wenn man so, theoretisch müsste da jetzt eine wachsende Kurve, zumindest nicht so eine Seitwärtskurve entstehen. Das ist alles blöder, glaubt man, da hat man das so, ja, voila, das, da war diese Szene. Entschuldigung, wie ich schon meinte, alles, alles menschlich, jetzt haben wir es, so, die Equity, Monte Carlo Equity Simulation, ergibt sich jetzt hier, vielen Dank für die Hilfe, das heißt, jetzt können wir die Simulation, die aufgrund unseres 10.000 Euro Kontos entstanden ist, immer wieder durchtesten, wir sagen, okay, eine Simulation, andere Simulation, wir sehen, diese Equity Kurve unterscheidet sich schon mal, sehr deutlich, von der Original Equity, und dieses Wissen sich erst mal verschiedene Equity Kurven anzuschauen, hilft unter anderem, sagen wir mal, der Psyche, wenn dann so eine Zeitwärtsphase eintritt, dass wir sagen, okay, ich weiß, ich habe zwar einen positiven Erwartungswert, und es muss nicht unbedingt hier mal sofort drauf gehen, sondern es kann auch, wenn wir mit der Strategie beginnen, haben wir hier eine Serie von 136 Trades, die einfach seitwärts laufen, das heißt, wir haben zwar ein System mit einem positiven Erwartungswert, was, je länger wir das Spiel mitspielen, und die Parameter, wenn sollten die Parameter gleich bleiben, im Großen und Ganzen, wir einen positiven, ein positives Ergebnis erzielen, wie wir sehen, dann war ungefähr auch hier bei 14.000, nur der Weg dahin ist ein deutlich anderer. Andere 500 Trades, hier ist zum Beispiel, beginnen wir sogar erstmal mit einem Minus, können wir auch, gucken, haben wir hier eine Drawdown-Formel, ich werde dann, falls jemand die Vorlage haben will, natürlich dann alles per, mit Vorgefähr, so wie ich das habe, ich tippe ja meistens normalerweise nur die Zahlen schon ein, ich habe alles schon vorgerechnet, und tippe die Zahlen nur ein, wollte jetzt aber mal live immer alles per Hand eintippen, und wie Sie sehen, auch wenn man es eine Million mal gemacht hat, es passieren Fehler. So, jetzt haben wir hier, das ist die Drawdown-Formel, der nimmt dann immer 1 minus Differenz davon, und immer den Maximalwert, ziehen Sie dann durch, können Sie das auch, können wir markieren, und sagen, wie schaut denn da, wie sehen denn da die Drawdowns aus. Einfügen, hier machen wir ein Balkendiagramm, statt ein Liniendiagramm, das ist immer deutlich angenehmer, aber nächstes Diagramm, zack, fügen wir zur Monte Carlo Simulation zu, weil es uns immer ja die Drawdown-Werte der Monte Carlo Simulation anzeigt, natürlich können Sie die Formel auch auf Ihre Original-Equity haben, aber im Normalfall sehen Sie das in der Formel, in Ihrem Backtest, oder Ihrer Equity, das heißt, wir gehen hier Drawdown-Monte Carlo, und können jetzt nun sagen, okay, hier, wir haben auch Drawdowns von 5%, so, knapp 5%, jetzt können wir das simulieren, und sagen, können anschauen, ah, was ist denn so der durchschnittliche, können Sie sich auch dann in die Formel Oszillatoren reinbauen, oder, ist vieles möglich, so viel Zeit haben wir aber nicht, damit wir wirklich die ganze Thematik auch wirklich im Detail behandeln können, aber wie Sie sehen, haben Sie jetzt Ihre eigene Monte Carlo Simulation auf der Basis, geht darum, wie können sich, wie kann ein und dieselbe Grundgesamtheit verschiedenste, äh, äh, verschiedenste Reihenfolgen annehmen, so, was ist denn jetzt für unsere Simulation wichtig, das heißt, wir sagen, jetzt in dem Fall, haben wir es hier oben nochmal Tabellen, und ich sage, um wie viel kann denn unser Erwartungswert schwanken, das heißt, wir müssen, brauchen jetzt hier, ähm, ähm, nehmen wir mal Erwartungswert, Erwartungswert gleich Mittelwert, das heißt, wir haben hier den durch einen Gewinn pro Trade, das heißt, wir sagen, wie kann denn, jetzt machen wir das mal jetzt blöd händisch, normalerweise kann man sich auch genug Monte Carlo Simulation hintereinander aufstellen, aber da wir das ja live mal Schritt für Schritt durchgehen wollten, machen wir das jetzt so, ich tippe jetzt in dem Fall 20 Monte Carlo Erwartungswerte ein, die bei dem Backtest so zustande passieren können, wir haben einen und denselben Backtest, wir wissen, der Hauptbacktest hat einen Mittelwert oder einen Erwartungswert von 8,20 Euro, wie sieht der aber aus, wenn wir 20 Simulationen durchführen, das heißt, wir nehmen jetzt 20 Backtests, jetzt hätten wir verschiedene Grundgesamtheiten, tippen diese jetzt ein, wie Sie sehen, schwanken diese, 10,47, 10,30, 10, ich denke, Sie wissen, worauf ich hinaus will, 8,86, 7,45, das ist sozusagen, Sie fächern Ihre komplette, den einmaligen Hacktest, den Sie hatten, der Ihnen nur eine Dimension zeigt, so schauen Sie sich jetzt auch die anderen Seiten des Würfels an, die ein und derselbe Backtest fabrizieren können, so 8,95, 10,9, so, jetzt sehen wir, gehen wir den Mittelwert ein, sagen, was ist denn der Mittelwert unserer Mittelwerte, kommen wir auf den Wert von 8,83, der sogar in dem Fall, da wir es ja so machen, sogar besser ausfällt, als der Mittelwert, sehen aber, dass der kleinste angezeigte Erwartungswert 5,48 Euro ist, das heißt, man kann auch mit solch einem Erwartungswert in einer bestimmten Periode rechnen, genau das gleiche können wir jetzt auch hier mit der Schwankung der Trefferquote machen, und mit Schwankung des Drawdowns, können Sie sich dann, dem sehen, wie Sie, wenn Sie wollen, schreiben Sie mir eine E-Mail, schicke ich Ihnen das zu, müssen die Zahlen einzitten, können Sie das ausbauen, umbauen, wie Sie wollen. Das Interessante jetzt an der Sache ist, wenn wir jetzt, sagen wir, den Robustheitstest machen, sagen wir zum Beispiel, okay, wie sieht denn unsere Equity-Kurve aus, wenn wir von unserem Backtest den Mittelwert von 5,84 hier eintragen? So, sagen wir, okay, wir haben jetzt tatsächlich mal 500 Trades mit diesem Mittelwert, der um drei Einheiten geringer ist, als unser Original, also unser Ursprungswert. Wie sieht denn dann die Equity-Kurve aus? So, wie Sie sehen, das erste, was einem auffällt, Drawdown ist ungefähr doppelt so hoch. Davor waren, haben wir ungefähr, also jetzt aus dem Auge, ich habe ja 5, 6 Mal geklickt, waren wir immer bei 4 und 5 Prozent. Wie Sie sehen, kommen wir jetzt hier schon auf 10. Auch die Seitwärtsphasen sind länger geworden. Das heißt, so kann auch passieren. Das heißt, sie kommen zwar im Endergebnis, wie Sie sehen, höchstwahrscheinlich immer noch auf einen ähnlichen Wert. Der Weg dahin ist aber ein anderer. Der psychologische Fakt, es ist eine andere Sache, es ist ein sehr großer Vorteil zu wissen, dass ein Drawdown auch in der gleichen Strategie, obwohl vielleicht die Ursprungsstrategie nur 3 Prozent gezeigt hat, es ein Drawdown von 10 Prozent geben kann, findet dann natürlich ein Drawdown von 13, 14 Prozent statt. Dann haben sich, dann funktioniert entweder die Strategie nicht mehr, weil XY, den Ursprung kann man dann ewig suchen, oder es ist halt so, dass sich die Gegebenheiten stark verändert haben. Das heißt, Sie sagen, hier, hier kommen wir sogar dann auf ein Endjahresergebnis von so bei 13, 13.200, das heißt, deutlich geringer bei einem Drawdown von 8 Prozent. Können Sie hier auch den durchschnittlichen Drawdown errechnen, das heißt, Sie sind psychologisch auf vieles gewappnet. Interessant sind halt immer eigentlich, meiner Meinung nach, Drawdowns sind eine Sache, aber zu wissen, wie lang kann so eine Seitwärtsphase von einem System gehen. Denn eine Seitwärtsphase ist also mindestens genauso schlimm wie ein x-prozentiger Drawdown, weil es ist auch nicht so angenehm, 100 Trades anzuschauen, dass das System die Trades absetzt, Sie aber nach 100, 150 Trades immer noch im Bereich von plus minus 0 herumschwirren. Genau das gleiche, das können Sie dann auch machen, wenn wir sagen, okay, wir gehen mal wieder auf unseren Ursprung zurück, wir gehen jetzt davon aus, wir gehen davon aus, dass das hier alles so bleibt, rechnen mit 8,20. wie ist das aber, wenn wir die Standardabweichung verändern, wir sagen, wie verhält sich denn das System, wenn wir jetzt hier 45,5 als Standardabweichung eintragen, wird es jetzt schlimmer oder besser? Oder ist das System dann wenigstens immer noch profitabel oder weniger profitabel? Da eine geringere Standardabweichung eigentlich immer eine gute Sache ist, wie wir sehen, Drawdowns sind geringer, die Kurve sieht normal, also geht auch, hat deutlich starkere Trendphasen, da ja die Verlusttrades auch geringer schwanken. Interessant ist es dann zu sehen, was ist, wenn wir die Standardabweichung sagen, hey, kann ja passieren, sehr volatile Phase, simulieren wir das mal mit 80,896573, tippen Sie ein, wie Sie gerade lustig sind. oder wie Sie das jetzt auch errechnet haben, sagen wir, ah, okay, es kommt dann bei der Sache raus, wie wir sehen, dann simulieren Sie das 100 mal, wie oft Sie wollen durch und sagen, ah, Standardabweichung größer, können wir sogar ein höheres Ergebnis erzielen, also könnte, wenn Sie das System natürlich zu 100% genauso traden, das ist immer die Prämisse, das heißt, wenn Sie ein System anfangen zu handeln, haben Sie ein Ergebnis im Backtest immer nur, es ist immer nur so viel wert, wie wenn Sie auch 100% der Trades umsetzen, handeln Sie ein System diskretionär, das heißt, also, nicht unbedingt diskretionär, diskretionär, sowas zu testen, ist so gut wie unmöglich, weil es an sich kein, diskretionäre Trader eigentlich so gut wie kein System besitzen, sondern handeln entweder nach Bauchgefühl oder nach Erfahrungswerten, können Sie das, es ist mit diskretionären Systemen schwer zu überprüfen, ist es aber so, dass Sie mal zwei, drei Trades ausfallen, das heißt, ich weiß nicht, Frau krank geworden oder Sie müssen Kinder zur Schule bringen oder Sie haben schlechte Laune, Sie haben heute mal einen Tag ausgelassen, dann verändert sich diese ganze Systematik komplett, denn, wenn Ihr System darauf beruht, dass man, dass das in einem Jahr eigentlich auf plus minus null handelt und dann haben Sie drei, vier, fünf starke Gewinner, die eigentlich das, die Jahresperformance erwirtschaften und Sie verpassen diese, das heißt, jetzt, Sie haben einen Tag ausgesetzt und da war einer dieser Trades oder vielleicht auch zwei, dann können, dann sieht die Equity-Kurve ganz anders aus, also da gibt es auch andere Methodiken, um das zu überprüfen, das heißt, wie Sie sehen hier, Sie simulieren, das ist ein und die selbe Strategie mit einer bisschen anderen Standardabweichung, wenn sich die Parameter gegebenenfalls verändern, da haben wir hier erstmal, das ist ja das generell das Schlimmste, was einem, was man sich so vorstellen kann, Sie beginnen mit 10.000 Euro und sind nach 154 Trades bei minus 8.600 haben einen Verlust von 1.382 Euro erlitten. So, ist jetzt, es ist immer ein Unterschied, wenn man diese Sache weiß oder wenn man diese Sache nicht weiß, das heißt, wenn Sie in der Simulation gesehen haben, ey, sowas kann auftreten, dann zwingt es Sie nicht mehr zu irrationalen Handlungen, das heißt, Sie greifen nicht in das System ein, weil Sie sagen, ey, ich habe 100 Simulationen durchgeführt, habe mit den Parametern gespielt, nach einer bestimmten Regel, natürlich nicht einfach so, und sehe, ey, sowas kann passieren, das ist nicht atypisch, dann wunderbar, simulieren Sie das immer weiter durch, das heißt, sagen Sie, ah, okay, ich kann auch Seitwärtsphasen von 190 Trades haben. Genau die gleiche Systematik benutze ich dann auch bei, wenn ich den Signifikanz-Test mache, das heißt, ich benutze die gleiche Systematik, ich nehme mir eine Historie und simuliere den DAX auf ein Jahr, dann packe ich einen Backtest auf dieses Jahr und prüfe das Ergebnis, schlechter oder besser, sollte schlechter sein, besserweise, wenn man Signifikanz nachweisen will, mache ich einen Forecast, habe ich auch eine Grundlage an Trades, rechne und fange an, aufgrund der Gegebenheiten, mir die Kurse vorzucasten, und dann simuliere ich das durch und markiere mir dann hier in der Excel-Tabelle oder also in der Extratabelle die Parameter, die interessant sind, wir können jetzt auch zum Beispiel testen, was ist, wenn wir die geringste von den 20 Simulationen, normalerweise sollten Sie nicht 20 nehmen, machen Sie bitte mindestens 100 Simulationen, am besten vielleicht auch mal 200, 300, aber da wir jetzt hier auch nicht drei Stunden sitzen wollen, oder ich nicht alles vorbereitet haben wollte, sodass alles schon fertig wäre und ich müsste es nur noch erklären, hat nicht sehr viel Mehrwert, machen wir das jetzt quasi auf die Live-Variante, das tippen wir hier ein, sagen wir mal die Standardabweichung, so wären wir jetzt wirklich ein schlimmes Jahr hinter uns, was passiert, wenn wir hier 110, das heißt, es schwankt hier mal um 110, interessant ist dann immer, wenn Sie dann den Standardfehler der Grundlage nehmen, quasi den Mittelwert, wenn Sie dann simulieren, anfangen, wir hatten ja davor, weil jetzt die Standardabweichung verändert, verändert sich ja auch logischerweise der Standardfehler in dem Fall, auch unsere Grundgesamtheit, versuchen Sie zuerst, die Schwankungen des Standardfehlers einzubeziehen, das heißt, Sie nehmen den Mittelwert, sagen wir, Sie haben jetzt einen Mittelwert von 8, wir hatten einen Standardfehler von 2,25 oder so, und dann nehmen Sie den Mittelwert plus Standardabweichung, Mittelwert minus die Standardabweichung und überprüfen, wie verändert sich das alles. Bleibt es stabil, bleibt es weniger stabil, Drawdowns höher, wie Sie sehen, größere Standardabweichung sorgt dafür, dass unsere Drawdowns deutlich größer sind, die werden einfach deutlich größer, wir haben jetzt 20%igen Drawdown, der sich auch noch schön nach oben arbeitet und dann fast genauso weit wieder nach unten. Simulieren Sie das durch, hier haben wir zum Beispiel beinahe, sollten sich die Parameter verändern, auf die Sie natürlich eingehen können, das heißt, Sie analysieren, Sie sagen, ey, meine Standardabweichung hat sich irgendwie im System erhöht, wieso, weshalb, warum, kann man alles untersuchen und dann sehen wir, ey, wir haben 500 Trades vom gleichen System und wir sind zwar, es ist zwar profitabel, aber halt, wir sind nicht mehr bei 14.000, sondern bei 11.000 mit einer, das ist eigentlich nichts anderes als eine Seitwärtsphase von 406 Trades bei 15-prozentigem Drawdown, kann halt alles, können Sie alles herumspielen und sagen, ey, ist es immer noch profitabel, ist es immer noch profitabel, wenn, ist es immer noch profitabel, wenn nicht, wie sind, hier zum Beispiel das, wie sehen die Zahlen aus, wenn Sie davon 100 machen, wie ist die Schwankung des Drawdowns, wie ist das, wenn, ich habe eigentlich eine 54-prozentige Trefferquote, wie ist das, wenn ich dann genau diese Trefferquotenformel auf die Simulation packe und sage, wie verändert sich denn nun unsere Trefferquote, hier schwankt die im kleineren prozentualen Bereich, schwankt sie im größeren prozentualen Bereich, das heißt, mit welcher, und dann fangen Sie an mit den Ergebnissen, die Sie aus den Simulationen haben, zu simulieren und dann sagen, und dann am Ende müssen Sie nach Ihrem Test sozusagen sich selbst die Tests, die Sie dann gemacht haben, für sich selbst dann sagen, ja, okay, ich bin bereit, das Handelssystem zu handeln, ohne es auszuschalten, ich weiß, dann mache ich mir normalerweise quasi zu einem Handelssystem meinen Tradingplan, dass ich sage, wenn ich ein Drawdown von sowas habe, weil ich auch mein Handelssysteme auch immer einmal pro Woche prüfe, auch immer die Tests, auch immer die Trades halt durchgehe, wurde es alles richtig ausgeführt, alles regelkonform, wenn das alles so ist, gehe ich dann die Trades durch und sage, okay, es ist alles in Ordnung oder nicht, und das müssen Sie dann halt im Endeffekt für sich selbst entscheiden, wenn Sie sagen, ja, ich möchte kein Handelssystem, was, wenn ich, was zum Beispiel hier, jetzt sowas kann auch passieren, ich habe die Parameter gleichgestellt, lustigerweise, also ne, der Mittelwert ist immer noch der kleinere, bei geringer Standardabweichung mit einem kleineren Mittelwert passiert, wie Sie gerade gesehen haben, genau so eine Equity und dann schauen Sie, wie stabil ist das alles, haben Sie das getan, entscheiden Sie für sich selbst, hier, das ist ein und dieselbe Strategie, diese Backtest ergibt ein Gewinn von 14.102 Euro und diese Simulation basierend auf den gleichen Daten, andere Wahrscheinlichkeits Aufteilung, macht eine Equity-Kurve, die weniger attraktiv ist, dann sind Sie die Frage, würden Sie die Strategie handeln, wenn Ihr Backtest so ausgesehen hätte, könnte ja theoretisch auch so aussehen, würden Sie eine Monte Carlo Simulation durchführen, würde diese Simulation auch solche Werte ausspucken, eröffnet halt einem ganz neue Möglichkeiten, ich gehe mal, ich würde mit dieser Thematik sozusagen, mit dem allerletzten Test hier, auch das Webinar beenden, ich danke Ihnen vielmals, dass Sie die Geduld hatten, unter anderem meinen kleinen Fehler hier zu untersuchen und mir auszuhelfen, dass ich da wieder auf die richtige Schiene gekommen bin und ich hoffe, es hat Ihnen Spaß gemacht und Sie konnten was mitnehmen. Ich schaue mal noch mal ganz kurz, ob wir hier noch Fragen haben. Soweit erstmal keine Fragen, beziehungsweise doch eine Frage war da und zwar kann man daraus das Pleiterisiko errechnen? Kann man auch, klar, das heißt, Sie können dann in dem Sinne per quasi ihre maximal machbare Tradinggröße erwirtschaften, also untersuchen, das heißt, Sie können dann sagen, okay, wie ist das, wenn ich mit so und so viel Kontrakten handele und ich habe ein dementsprechend kleines Konto, wie hoch kann ich gehen, so dass vielleicht von 100 Simulationen nicht eine Simulation ein Drawdown höher als 100% hat. Wenn Sie dann sagen, ja, ich bin bereit, das Risiko zu tragen, von einer Simulation, von einem Drawdown, wenn das Endergebnis dann 200% ist und der Drawdown ist dann 80%, Sie sagen, ja, ich bin bereit, dann kann man das alles mit den Parametern so untersuchen, mit der Positionsgröße, dass man dann wirklich sagen kann, das ist das maximalste Risiko, was ich irgendwie fahren kann, ohne so, dass ich vielleicht nicht nachzahlen muss oder in dem Fall, also im CFD-Bereich kann man ja mittlerweile auch nicht mehr nachzahlen, aber sagen wir im Bereich Optionen, Futures ist das immer noch ohne Probleme möglich, sodass man sagen kann, das ist das höchste Risiko, was ich fahren kann, bei der Handelsstrategie, was den Drawdown erlauben würde. Man kann so gut wie alles mit der Monte Carlo Simulation simulieren, sowohl Risiko, Erwartungswerte, alles. Ich hoffe, ich konnte das halbwegs anständig beantworten. Kann der Teilnehmer ja gerne sich nochmal dazu äußern. Sonst, wenn andere Fragen noch entstehen, ich bitte Sie gerne dazu, schreiben Sie mir eine E-Mail, haben Sie interessante Fragestellungen, bitte her damit, ich setze mich damit gerne auseinander, ich mag das. Also der Teilnehmer, der die Frage gestellt hat, hat sich bedankt, die Frage wurde zur Zufriedenheit beantwortet. Ich bedanke mich auch an der Stelle und dass man, wenn man hier das Ganze live macht und mal den kleinen Überblick verliert oder mal eine Formel nicht findet, ich glaube, dafür hat jeder Verständnis und man kann sich das Ganze ja natürlich dann auch nochmal in Ruhe angucken, wenn die Aufzeichnung online ist. Ich denke auch, dass das nicht das letzte Webinar ist, im Gegenteil, sehr interessantes Thema auf jeden Fall und man sieht das auch an den Feedbacks der Teilnehmer. Wie gesagt, wenn noch Fragen sind, gerne auch an uns, wir leiten das weiter oder direkt an Juri an Statistik Trading und ansonsten wünsche ich Ihnen natürlich noch einen schönen Abend, Juri, dir auch einen schönen Abend und vielen Dank nochmal. Und du hast gerne das letzte Wort. Ich habe eigentlich nichts mehr zu sagen, ich bedanke mich nochmal, dass Sie herzlich so hier zahlreich erschienen seid und mir eure Zeit geschenkt hat und auf ein Wiedersehen. Ich denke mal, das war gerade der Anfang, Monte Carlo Simulation kann noch viel mehr als nur ein Robustheitstest, wenn wir jetzt mit Signifikanz-Test anfangen und mit Forecast-Methoden, ich denke, das ist auch sehr interessant für die Zukunft, dass wir dazu vielleicht auch noch was machen. Wir werden sehen, ich denke schon. Ich wünsche euch allen noch einen angenehmen Abend. Okay, super. Tschüss zusammen. Ciao, ciao. Tschüss. Untertitelung des ZDF für funk, 2017